So, hallo! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus der linken Grafik die rechte Grafik erstellen könnt. Ihr seht, hier die linke Grafik ist relativ niedrig aufgelöst und die rechte Grafik ist im Vergleich dazu deutlich besser aufgelöst. Wir werden die ganze Sache mit einer speziellen Software durchführen, die komplett kostenlos ist und die man relativ einfach installieren kann. Also legen wir los. Zu Beginn zeige ich euch erstmal, wie ihr die Software installiert und anschließend zeige ich euch, was ihr bei der Software anklicken müsst, damit ihr dann solche Ergebnisse erzielt. In der Beschreibung des Videos findet ihr den Link zu der Seite, wo ihr das Programm runterladen könnt. Dann scrollt ihr hier runter und auf der rechten Seite wird ihr Releases. Dort klickt ihr drauf und ladet dann bei Download entweder direkt über GitHub oder über SourceForge die Datei runter. Anschließend entpackt ihr den ganzen Inhalt in einen Ordner, den ihr wiederfindet und navigiert dann mit dem Windows Explorer in den Ordner. Das sieht dann ungefähr so aus. Zum Starten des Programms müsst ihr die waifu2x-extension-kuistart.bat ausführen. Das mache ich jetzt. Gut. Und dann sieht das erstmal so aus. Wir müssen jetzt hier auf Home klicken. Und dann sieht das Programm so aus. Zu Beginn, wenn ihr das erste Mal die Software ausführt, könnt ihr mal da nach rechts gehen auf Compatibility Test und hier auf Start Compatibility Test klicken. Dann testet das Programm, welche Funktionen euer Computer überhaupt unterstützt. Und dementsprechend werden dann unterschiedliche Möglichkeiten für euch aktiviert oder deaktiviert. Das lassen wir jetzt kurz mal durchlaufen. Welche Optionen bei euch dann später funktionieren, hängt stark von eurer Artware ab. Also falls ihr eine aktuelle Grafikkarte habt von Nvidia oder AMD, dann könnt ihr so gut wie alles verwenden. Okay, und da könnt ihr jetzt hier auf Yes klicken. Dann werden bei euch dann automatisch die Optionen ausgeblendet, die euer PC eh nicht kann. Ich klicke jetzt hier auf Yes. Gut, aber jetzt zum eigentlichen Hochskalieren. Hier in diesen Bereich kommt die Grafik rein, die ihr dann später hochskalieren möchtet. Also ich ziehe jetzt kurz per Drag & Drop die kleine Katze dort rein. Und jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Bei Engine Settings schauen wir jetzt zuerst mal und wählen bei Image Waifu2x Café aus. Und dann gehen wir hier auch auf Waifu2x Café und wählen hier beim 2D Anime Modell das Upconf 7 Anime Style Art RGB aus. Und den Rest können wir lassen. Und dann gehen wir hier zurück auf Home. Müssen hier noch etwas einstellen. Diese Option ist wichtig, dass die hier auf 2D Anime steht. Den Rest könnt ihr so lassen, wie es bei mir auch ist. Auf der rechten Seite, falls ihr das Bild in einem neuen Ordner speichern möchtet, dann könnt ihr hier auf Enable klicken und hier oben euren gewünschten Zielordner eingeben. Weil sie hier das so lasst, wie ich es habe, dann wird die neue Grafik in den Ordner der alten Grafik einfach mit reinkopiert, ohne dass die alte überschrieben wird. Gut, jetzt noch das Wichtige. Hier unten können wir angeben, wie stark die Grafik vergrößert werden soll. 4 heißt, dass das Bild 4 mal vergrößert wird. Und Image Denoise Level gibt an, wie stark auf das Bild eine Rauschreduktion angewendet wird. Minus 1 heißt, dass hier keine Rauschunterdrückung angewendet wird. Und dieser Wert geht bis 3 hoch. Und 3 bedeutet maximale Rauschunterdrückung. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was passiert, wenn ihr einmal das Bild mit Minus 1 rausgebt und einmal mit 3 rausgebt. Bei Minus 1 sieht das Bild dann später so aus. Und bei 3 sieht das Bild so aus. Wir können mal kurz ins Detail reinschauen. Ich vergröße mal diesen Abschnitt etwa. Also das ist mit Rauschunterdrückung. Und ihr seht hier, dass hier die Linien deutlich schöner sind, als hier auf der rechten Seite, wo keine Rauschunterdrückung durchgeführt wurde. Gut, ich gehe zurück zum Programm. Also wir stellen jetzt hier eine 3 ein für maximale Rauschunterdrückung. Und der Rest passt. Und jetzt müssen wir nur noch hier unten rechts auf Start klicken. Wenn ihr mehrere Bilder umwandeln wollt, dann könnt ihr hier natürlich auch mehrere Bilder einfügen. Und das hat jetzt geklappt. Ich klicke auf OK und jetzt kann ich in den Ordner reinschauen. Und das ist das Bild, das gerade ausgegeben wurde. Gut. Sieht ganz gut aus. Okay, das war es jetzt eigentlich schon. In einem anderen Video werde ich euch zeigen, wie ihr Fotos hochskalieren könnt. Gut. Das war es dann für dieses Video. Ich würde es freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.